Wie ein User in einem meiner Videos schon richtig festgestellt hat, ist es schwierig, sich Passwörter zu merken und vor allem verschiedene für verschiedene Seiten auszudenken. Deshalb tendiert man dazu, entweder das gleiche zu nehmen oder das Passwort im Browser zu speichern. Das muss aber nicht sein. Abhilfe kann hier der Passwortverwaltung KeyPass schaffen. Es gibt viele andere Passwortverwaltungen, die bestimmt auch gut sind, aber ich möchte hier mal KeyPass vorstellen. Das ist jetzt der erste Teil der Videoreihe und in diesem Video schauen wir uns wirklich nur an, wie wir KeyPass herunterladen können. Dazu bin ich jetzt auf die keypass.info-Seite gekommen und klicke hier auf der linken Seite auf Downloads. Und hier hat man die Wahl zwischen der Professional und Classic Edition. Die Professional kostet nichts, die ist einfach nur neuer und die sollte man dann auch benutzen. Und ich wähle hier für Windows die Installer-Version aus. Dann wird man auf diese Seite weitergeleitet hier, muss etwas warten und bekommt dann einen Speichern-Dialog für die KeyPass-Exe-Datei angezeigt. Klickt hier auf Datei speichern. Und kann dann die KeyPass-Exe eben auf den Computer speichern. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie wir die Datei installieren können.